In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum Ersten und sagte, Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Diese antwortete, Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, Der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.